Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fleezy Box von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Fleezy von Flair, so sieht das ganze aus. Wir werden das ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Das schneiden wir einfach mal hier auf. So, also wir haben hier eine schwarze Box und hier haben wir den hellgrauen Schriftzug Fleezy, ansonsten wirklich in schwarz gehalten. Unten ebenso, rechts genauso, oben auch, links auch. Und hier haben wir lediglich einen Barcode und die Credits. Also ihr seht schon von der Optik, von der Gestaltung sehr minimalistisch gehalten, das ganze komplett in schwarz bis auf diesen grauen Fleezy Schriftzug. Das ganze ist eine reguläre Klappbox, die wir hier aufmachen und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Logitech Speaker, dann haben wir einmal das Shirt zusammengerollt, sehr ungewöhnlich. Dann haben wir das Album in der Premium Edition bzw. in der Limited Edition Schriftzug. Und ein Poster. Das Spannende ist, ihr kennt das, normalerweise in diesen Boxen haben wir hier unten so einen Einleger, wo das Album platt findet, wo das Album dann hier verstaut wurde. Allerdings in diesem Fall wurde das anders gemacht. Da war das Album und der ganze andere Inhalt schon oben gestapelt und deswegen ist dieser Einleger hier ja nicht benötigt worden und dementsprechend platt gedrückt worden. Interessant. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Machen die Box mal zu. So. Und nachdem hier zwei Sachen noch eingeschweißt sind, werden wir uns mal um die Folie kümmern. Allerdings, bevor wir hier die Folie wegmachen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns kurz anschauen. Hier lesen wir Fleezy Limited Edition 20.000 Exemplare, inklusive 17 Tracks und alle Instrumentals. Hier haben wir auch einen Verbraucherhinweis. Okay. Gut. Dann werden wir die Folie mal abmachen. Wenn es denn geht. So. Aber jetzt einmal. Und dann natürlich den Speaker. Das dürfte eine kröme Reaktion werden, den dazu befreien, weil der ist hier dann nochmal verpackt. Okay, zu dem kommen wir gleich. Wir starten natürlich mal mit dem Album. Und was ich sehr spannend finde, dass das Album an sich, also in dieser Form, in dieser Limited Edition, in diesem Digipack, auf 20 Stück limitiert ist. Denn die gab es ja auch in diesem Bundle, diese Version. Und ich glaube, man kann auch die Limited Edition ohne Bundle und ohne Box kaufen. Rein nur so. Und nachdem das Ganze auf 20 Stück limitiert ist, das hat Flair so begründet, er hat gemeint, dass heutzutage eh fast alles nur noch gestreamt und online irgendwie konsumiert wird. Und deswegen möchte er das Album an sich auch abseits der Boxen und abseits des Bundles wirklich das Album an sich auf 20 Stück limitieren. Gut. Wir kommen zum Cover. Wir sehen hier Flair in dieser riesengroßen Jacke. Sehr reingesummtes Cover, weil es dürfte von dem Fotoshoot sein, wo er hier im Rolls Royce sitzt. Wir haben hier den Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite lesen wir Fleezy. Und auf der Rückseite haben wir dann alle Tracks aufgelistet, einen Barcode. Und was mich besonders freut, wir haben hier die ganzen CDs durchnummeriert. Bedeutet, mein Album ist hier in dem Fall Nummer 16.979 von 20.000. Sowas gefällt mir immer gut. Also generell, wenn Sachen in irgendwie limitierter Auflage sind, hätte ich das da gerne immer dabei. Finde ich einfach schön. Ist einfach so ein bisschen persönlicher dann das Ganze. Gut. Von den 17 Tracks haben wir jede Menge Features. Wir haben Features von Rick Ross. Das einzige Army Feature. Wurde auch schon ausgekoppelt. Farid Bang. Gab es ein Video dazu. Asad. Nemo. Shen. Also ehemals Jihad. Heißt ja jetzt Shen. Jalil. Prinz Pi. Remo. Sinanji. Nochmals Remo. Also jede Menge Features und alle Instrumentals. Dann auch hier wieder Credits und Barcode. Wir schauen mal rein. Also, hier haben wir einmal Fleezy. Das dürfte das Album an sich sein. Die Album-CD mit den 17 Tracks. Schauen wir gleich mal. So sieht die aus. Dahinter das Artwerk, also die Tür des Phantom. Nachdem Flair hier drinnen sitzt, in dem Rolls Royce, haben wir dann links und rechts jeweils das Anterieur des Phantoms. Auf der rechten Seite dann die Instrumentals-CD. Genauso gestaltet wie die normale CD, allerdings in Weiß. Und in der Mitte haben wir hier dann das Booklet. Hier Flair in grüne Trainingsjacke. Ketten und Rolex Armstart. Jetzt hat es schon begonnen bei weit mit diesen Fotografien, dass man das so verwischt. Sehr interessanter Stil auf jeden Fall. Und dann haben wir hier weitere Aufnahmen von Fleezy. Und natürlich dann die Tracks, inklusive der Infos, wer die Beats produziert hat. Beziehungsweise wer als Feature beteiligt war. Das zieht sich jetzt hier so durch vom Design. Und zum Abschluss natürlich noch die Credits. Gut. Fleezy. Machen wir das Booklet wieder rein. Und hier lese ich noch Premium Edition. Also, das Ganze im Digipack. Dann haben wir, bevor wir zur Technik und zum Shirt kommen, ein Poster. Was mich jetzt etwas irritiert, denn in der Grafik bei Amazon oder generell, wenn man die Box bestellt hat, dann war das Poster ja zusammengerollt. Deswegen habe ich jetzt ursprünglich gedacht, dass die Box auch größer ist und das Poster dann irgendwie zusammengerollt ist, um Knicke zu vermeiden. Aber in dem Fall ist es gefalten. Aber ja, nicht weiter schlimm. Wir haben hier ein Poster im Querformat und hier eben vom Covershooting Flair wieder in dem Phantom sitzend. Das Ganze, wie auch schon das Cover in Schwarz-Weiß gehalten. Gefällt mir gut. Ich muss auch ehrlich sagen, für mich hat es mehr Stil als das ursprüngliche Cover, was da geplant war. Dieses Farbige mit dem Orangen Phantom. Also, finde ich so deutlich, deutlich gelungener. So, das Ganze einseitig bedruckt. Rückseite blank weiß. Dann haben wir noch den Logitech Speaker X50. Das ist die Frage, wo wir den am besten öffnen. Also, einerseits mal hier diesen Sticker, dieses Siegel hier entfernen. So. Dann sollte das Ganze ja hier dann aufgehen. Alter. Ja, wenn das Plastik hier ist, dann natürlich blockiert. Jetzt müssten wir das hier irgendwie... Ja. Oder mit roher Gewalt. Wenn es eine Sache gibt, wo ich echt ein Weltmeister bin, dann Sachen aus Plastikverpackungen befreien. Nicht. Aber jetzt haben wir es wohl geschafft. Ich brauche hier nochmal Plastik rundherum. Also, wir haben hier einen Speaker und dieser hier mit Kabel geliefert. Jetzt müssen wir hier nur noch das Kabel entsprechend aufmachen. So. Also, so sieht dieser Speaker aus. Wir haben hier drei Knöpfe. Einmal Plus, einmal Minus. Das dürfte wohl die Lautstärke sein. Und einmal hier zum Anschalten bzw. um Bluetooth Verbindung herzustellen. Hier unten lesen wir auch wieder Logitech, TÜV, diverse Siegel. Und dann haben wir hier die Möglichkeit einerseits per AUX Kabel, also mit so einem Klinkenstecker, also auch mit Bluetooth Verbindung herzustellen. Und hier natürlich dann der Anschluss für das Stromkabel. Das Einzige, was mich etwas stört, ist, dass das echt sehr kurz bemessen ist. Also das ist vielleicht 10 cm. Wir werden den Speaker dann gleich mal ausprobieren. Das Ganze kommt dann noch hier mit einer Info. Also hier steht einmal, wie das Ganze funktioniert. Also das heißt wohl, dass man ungefähr drei Sekunden warten muss, bis die Bluetooth Verbindung hergestellt werden kann. Und dann haben wir hier noch ein sehr umfangreiches Handbuch bzw. Gebrauchsanleitung. Die werde ich euch jetzt ersparen und mir auch. So, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Schnitt. Und dann führe ich euch das Ganze mal kurz vor. So, also ich habe den Speaker jetzt mal angesteckt an einen USB-Adapter. Und ihr könnt ihr natürlich dann, also ich habe ihn in dem Fall jetzt hier so angesteckt, ihr könnt ihr natürlich dann auch an euren Laptop, an euren PC anstecken, wie auch immer. Wir schalten das Ganze mal ein. Dann kommt dieses Signal. Und ich frage, ob man das sehen kann. Es leuchtet hier so lila-bläulich. Und dann einfach mit eurem Handy entsprechend in das Bluetooth Menü gehen. Dann wird er dort aufgelistet als Logitech X50. Und wenn er dann verbunden ist, sollte es nochmal so ein akustisches Signal geben. Jawohl, so sollte ich das anhören. Und dann bekommt ihr auch schon oben diese Kopfhörer am Handy angezeigt. Bedeutet, dass ihr Verbindung habt. So, wir hören jetzt mal kurz in den Song von Flair rein. Ich würde sagen, einfach in Big Dreams mit Rick Ross. Dann kriegt ihr mal einen Eindruck, wie dieser Speaker sich so anhört. Also, es hört sich auf jeden Fall echt, echt gut an. Ich muss sagen, ich war jetzt vielleicht bei halber Lautstärke am Handy. Bedeutet, er hat noch deutlich mehr Power. Also, da geht gut was. Und ich glaube, wenn man das Ganze dann mit Klinkenstecker als über USB ansteckt, als über Bluetooth, dann ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Lautstärke drin. Auf jeden Fall satte Qualität, guter Sound. Kann man echt lassen, um daheim Musik zu hören. Aus jetzt natürlich keine große Anlage, aber ist auf jeden Fall besser, als irgendwie über das Handy oder über irgendwelche billig Miniboxen oder PC-Lautsprecher, dann die nichts taugen zu hören. Gut. Soviel zu dem Logitech Speaker. Dann kommen wir zum letzten Inhaltebox. Und zwar ist das, wie so oft, ein Shirt. Das sieht dann so aus. Also, schwarzes Shirt. Oben den silbernen Schriftzug Fleezy. Unten dann noch in weiß Isbeck. Und hier in der Mitte haben wir vom ursprünglichen Cover, wie das angedacht war, Flair hier mit Jeansjacke in dem orangenen Phantom. Wie gesagt, das war ja ursprünglich geplant, so als Artwerk oder als Cover. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich hätte das schwarz-weiße, heißt die Frage. Also es ist natürlich ein farblicher, schöner Kontrast hier mit dem Orange, aber ich glaube, ich hätte es auch hier in schwarz-weiß bevorzugt. Egal, das ist natürlich Geschmackssache. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir hier auf der Rückseite einen Neckprint haben. Oder einen Backprint in dem Fall. Und hier steht No Bullshit, Just Real Talk. Und darunter noch Fleezy. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Aber vorher würde mich noch kurz interessieren, womit wir es hier zu tun haben. Und zwar haben wir hier ein Gildern Heavy Cotton, Innergröße L, 100% Baumwolle und hier steht es Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem silbernen Fleezy Schriftzug. Darunter dann Flair im Phantom sitzend in Farbe. Und dann darunter noch E-Spec in weißer Schrift. Schönes Motiv, gefällt mir gut. Auch der Fleezy Schriftzug hier oben kann sich sehen lassen. Das einzige, was bei mir ein bisschen fehl am Platz wirkt, ist dieses Is Back. Also ich glaube, ich hätte das Shirt so besser gefunden, wenn wirklich nur Fleezy und dann darunter dieser Aufdruck hier wäre. Dieses Is Back wirkt für mich irgendwie ein bisschen zu viel oder deplatziert. Aber der Backprint ist auf jeden Fall heftig mit dem No Bullshit, Just Real Talk. Das gefällt mir richtig gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das Poster einseitig bedruckt in Querformat. Dieser Logitech Speaker X50. Und natürlich das Album an sich in der Premium Edition im DigiPack inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Fleezy von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.